Das sind's die Endmagie. Das sind's die Endmagie. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Hey, hallo, hallo, liebe Kinder. Schaut mal, ich habe einen Besen und es kann losgehen. Nein, nicht so. Nein, um zu arbeiten und diese Blätter wegzukehren. Oh, ich liebe den Herbst. Und ihr? Oh, Maggie. Ich meine, schaut euch nur diese Farben an. Rot, gelb, orange. Das wird viel leichter mit ein bisschen Maggie-Zauberei. Der Herbst ist so schön. Wow, gute Idee, Maggie. Schaut mal, die Besen kehren das Laub ganz ohne uns auf. Jetzt können wir das Auto waschen gehen. Los, Maggie, los. Gehen wir arbeiten. Hip, hip, hurra. Wow, war das lustig. Oh, schaut mal. Gehen wir nachschauen. Ja. Wow, magische Besenstiele. Fliegen wir wie die Hexe. Los geht's. Oh, nein. Was? Maggie, diese Kinder da sind weggeflogen mit unseren Besenstielen. Wow, ich fliege. Das ist super. Hallo da unten. Und schau dir das Chaos an, dass sie mir den Kürbissen hexen und Sklatten da oben in der Luft anrichten. Oh, Maggie, wir müssen sie stoppen. Was? Ich brauche deine Hilfe. Okay, ähm... Abracadabra. Rauf. Wow. Wow. Los geht's. Maggie. Bist du dir damit ganz sicher? Schaut mal, Kinder. Ich fliege mit einem Staubsauger. Es funktioniert. Es funktioniert. Hinauf. Ab und davon. Hinauf. Oh, wow. Das ist total verrückt. Ich bin so weit oben. Oh, schaut mal. Da ist ein Kürbis. Versuchen wir den mal zu fangen. Oh, nein. Hey, ihr da drüben. Helft mir, die Kürbisse einzufangen. Okay. Ein kleiner, zwei kleine Halloween-Kürbisse. Drei kleine, vier kleine Halloween-Kürbisse. Fünf kleine, sechs kleine Halloween-Kürbisse. Frohes Halloween. Oh, schaut mal. Alle Kürbisse sind da. Lasst sie uns zählen und einfangen. Ja. Ein Kürbis. Zwei Kürbisse. Drei Kürbisse. Wow. Vier Kürbisse. Fünf Kürbisse. Und sechs Kürbisse. Hurra. Wir haben alle. Oh, hey, Kinder. Schnappt euch die Hexen. Okay. Eine kleine, zwei kleine Halloween-Hexen. Drei kleine, vier kleine Halloween-Hexen. Fünf kleine, sechs kleine Halloween-Hexen. Frohes Halloween. Dankeschön. Hey, sind alle Hexen da? Lasst sie uns zählen und einfangen. Ha, ja. Eine Hexe. Zwei Hexen. Oh. Drei Hexen. Vier Hexen. Fünf Hexen. Noch eine Hexe zu fangen. Sechs Hexen. Hurra. Wir haben alle sechs Hexen eingefangen. Oh, hey. Fangt alle Skelette. Ja. Okay, das machen wir. Ein kleines, zwei kleines Halloween-Skelette. Drei kleine, vier kleine Halloween-Skelette. Fünf kleine, sechs kleine Halloween-Skelette. Frohes Halloween. Oh, wow. Schaut euch die Skelette an. Danke, Kinder. Okay. Lasst sie uns zählen und einfangen. Oh, ein Skelett. Zwei Skelette. Drei Skelette. Vier Skelette. Fünf Skelette. Ha, ha, ha. Sechs Skelette. Hurra. Oh, nein. Achtung, Kinder. Spinnen. Oh. Ich mag keine Spinnen. Fangt die Spinnen, Kinder. Okay, kein Problem. Eine kleine, zwei kleine Halloween-Spinnen. Drei kleine, vier kleine Halloween-Spinnen. Fünf kleine, sechs kleine Halloween-Spinnen. Frohes Halloween. Oh, Spinnen. Lasst sie uns zählen und einfangen. Schnell. Eine Spinne. Zwei Spinnen. Drei Spinnen. Vier Spinnen. Fünf Spinnen. Sechs Spinnen. Toll. Wir haben alle Spinnen. Oh, nein. Schaut mal. Da ist noch so viel zum Einfangen. Das schaffen wir nie. Du schaffst das. Druck den Ultra-Super-Turbo-Booster. Was? Ultra-Turbo-Super-Booster? Oh. Ultra-Super-Turbo-Booster. Los geht's. Oh. Oh, nein. Oh. 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 Stopp. Stopp. Oh. Oh, nein. Alles ist jetzt im Staubsauger. Auch der Junge und das Mädchen. Ich brauche Maggies Hilfe. Maggie. Oh. Langsam. Oh. Langsam. Oh. Ja. Runter. Hi. Maggie. Maggie. Ich brauche deine Hilfe. Schnell. Keine Sorge, Steve. Ich bringe das in Ordnung. Hey, Kinder. Es sieht so aus. Für noch mehr Maggie-Zauberei. Abracadabra. Oh. Wow. Hey. Oh, toll. Ihr seid hier. Ja. Das war verrückt. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Was war das? Was war das? Ah. Was war das? Geister. Hexen. Ah. Monster. Steve. Steve. Wach auf. Wach auf. Steve. Was ist los, Maggie? Geister und Monster und Hexen. Und, und. Ah. Ah. Maggie. Stopp. Schau mal, es gibt keine Dinge wie zum Beispiel Hexen, Geister oder Monster. Hör auf damit. Steve. Sei nicht dumm. Geh einfach wieder schlafen, Maggie. Und sei kein frecher, frecher Vogel. Also, Steve denkt, dass es keine Monster gibt. Haha. Ich zeig's ihm. Abracadabra. Lasst uns Spaß haben im Geisterhaus. Und Steve erschrecken. Haha. Hey. Hallo, Jungs und Mädels. Wo bin ich? Das ist nicht mein Schlafzimmer. Tja. Ich muss träumen. Tja. Tja. Das ist kein Traum. Und. Oh. Schaut mal. Da drüben ist etwas. Da ist was. Was ist das? Was ist das? Oh. Das ist ein Geist. Da ist ein Geist. Ein Geist. Geh weg. Bisset Geist. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Der Geist ist weg. Geist. Ah, das ist verrückt. Es gibt doch gar keine Geister. Das ist doch nur blöd. Aber wo bin ich? Was ist das? Oh nein, da ist etwas. Da drüben ist etwas. Da ist ein Monster, ein Monster, ein Monster. Geh her weg, böses Monster. Geh her weg. Oh, jetzt wird es richtig gruselig. Oh, das gefällt mir nicht. Oh nein, schaut mal, die Tür geht auf. Ich kann etwas hören. Hört mal, hört mal. Was ist das? Was ist das? Da ist eine Mumie, eine Mumie, eine Mumie. Geh her weg, böse Mumie. Geh her weg. Geh her weg. Das war eine Mumie, eine uralte ägyptische Mumie. Ich will zu meiner Mama. Oh, was war das? Oh nein, ein Wolf. Ein Werwolf. Ah, da ist ein Werwolf. Ein Werwolf. Ein Werwolf. Ein Werwolf. Ah. Geh her weg, böse Werwolf, gehe her weg. Geh her weg. Geh her weg. Oh, ist er weg? Ist der Werwolf weg. Oh, das ist wirklich super gruselig. Ah, was war das? Spinnweben? Weben von einer Spinne. Oh nein. Das bedeutet, hier ist eine Spinne. Oh, da ist sie. Eine große schwarze Spinne. Schaut mal. Da ist eine Spinne. Eine Spinne. Eine Spinne. Eine Spinne. Eine Spinne. Da ist eine Spinne. Eine Spinne. Eine Spinne. Eine Spinne. Aaaaaah. Gehe weg, Büschel Spinda. Gehe weg. Gehe weg. Gehe weg. Müschel Spinda. Gehe weg. Gehe weg. Das war mal eine große schwarze Spinne.au rau rau rau.. Ich mag keine Spinnen. Mögt ihr spinnen? Was? Ja? Dann spinnt ihr aber. Oh, ich möchte, dass das jetzt aufhört. Bitte. Oh nein. Was ist das? Schaut mal. Schaut mal. Oh nein. Oh nein. Oh, Hilfe, Maggie. Maggie, Hilfe. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh, Maggie, Hilfe. Hi, Steve. Glaubst du jetzt am Monster? Ich tue es. Ich tue es. Oh, Steve, es gibt keine Monster. Du bist in der Geisterbahn auf dem Rummelplatz. Wie bitte? Tau. Maggie, du frecher, freicher Vogel. Entschuldigung. Tau, schaut mal. Ich bin auf dem Rummelplatz. Das war alles in der Geisterbahn. Ja. Oh, ho. Los, Maggie. Nochmal. Na los. Nochmal. Okay. Oh, schaut. Schaut. Eine große Spinne. Ha, 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 ha. Oh, das wird gemütlich. Ho, ho, ho. Oh, hey. Hallo, Jungs und Maddox. Hey, Steve. Gehen wir Süßes oder Sau aufspielen? Oh nein, Maggie. Es ist Halloween und draußen ist es gruselig. Also bleibe ich zu Hause und genieße ein entspanntes Bad. Wo ist mein Badetuch? Also, liebe Kinder. Kommt. Lasst uns mal tief reinlegen. Hi, hi. Abracadabra. Ha, ha, ha. Hey. Wo bin ich? Und was bin ich? Ho, ho, ho. Schaut mal. Ich bin ein Pirat. Ho, spitze. Ho, ich bin auf einem Piratenschiff. Ha, ha, ha. Na los, Kinder. Lasst uns über die sieben Meere segeln. Hier. Ich bin auf der See. Ein Halloween. Welch Seemonster könnt ihr sehen? Ich schaue nach links. Ich schaue nach rechts. Welch Seemonster sehen wir noch? Ha, ha. Ho, das macht Spaß, Kinder. Auf einem Piratenschiff auf hoher See. Halten wir Ausschau nach Seemonstern. Was können wir sehen? Oh, hier ist nichts. Da ist nichts. Da ist ja gar nichts. Wartet mal. Ihr habt etwas gesehen? Wirklich? Hey, aber ich kann gar nichts sehen. Hau. Könnt ihr mir helfen, Jungs und Mädels? Ruft, wenn ihr etwas sehen könnt. Häm. Hau. Da war etwas. Ich sehe es. Da ist ein Hai. Hey, schaut. Da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Wow. Das ist ein großer Hai. Oh. Und er kommt immer näher. Und näher. Und näher. Oh. Wo ist er hin? Könnt ihr den Hai sehen, Kinder? Wo ist der Hai hin? Oh. Das war ein so großer Hai. Stimmt doch, Jungs und Mädels. Oh. Und ich mag keine Haie. Oh. Aber kommt. Ihr sind mutige Piraten. Harr. Und segeln weiter über die sieben Meere. Ich bin auf der See. An Halloween. Welch Seemonster könnt ihr sehen? Ich schaue nach links. Ich schaue nach rechts. Welch Seemonster sehen wir noch? Oh. Pots Blitz. Ihr habt doch keine Angst vor Seemonster, oder? Nein. Schauen wir mal, was es noch so gibt. Oh. Und denkt dran. Ruft laut, wenn ihr etwas seht. Ah. Oh. Haha. Ja. Ein Killerwal. Das wird ein Spaß. Hihihihi. Habt ihr etwas gesehen? Oh. Schaut mal hier. Welches Seemonster macht denn so etwas? Oh. Jetzt habe ich eine Flosse gesehen. Das ist eine große Flosse. Das muss ein großes Seemonster sein. Was ist das? Oh. Das ist ein Wal. Ein Killerwal. Ein Killerwal. Schaut euch den Killerwal an, Kinder. Schaut euch den Killerwal an. Schaut euch den Killerwal an, der im Wasser schwimmt. Oh. Oh. Das ist ein großer Killerwal. Oder, Kinder? Oh. Er wird immer größer. Und größer. Und größer. Und größer. Ich hoffe, er kommt nicht so nah zu unserem Piratenschiff. Oh. Er ist weg. Wow. Oh. Oh. Nein. Schaut mal, Jungs und Mädels. Oh. Wir sollten hier schnell weg. Falls der Killerwal das noch einmal macht. Ist das Großsegel. Hey. 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 Ich bin auf der See. Ein Halloween. Welches Seemonster könnt ihr sehen? Ich schaue nach links. Ich schaue nach rechts. Welches Seemonster sehen wir noch? Johoho. Beim Klabautermann. Na los. Werfen wir noch einen Blick aufs Meer. Oh. Und denkt dran. Ruft laut. Wenn ihr etwas seht. Ah. Oh. Das ist eine Krabbe. Oh. Eine echt große Krabbe. Oh. Sie ist groß. Sie ist riesig. Das ist eine Monsterkrabbe. Schaut. Schaut. Schaut mal. Oh. Das ist ja keine große Krabbe. Nein. Das ist eine kleine Mini-Krabbe. Na komm, du Krabbe. Zurück mit dir ins Meer. Oh. Haha. Ein riesen Tintenfisch. Das wird gruselig. Oh. Hier ist nichts. Da ist nichts. Nirgendwo etwas. Oh. Hey. Die See wird ein bisschen rau. Könnt ihr mir helfen, Kinder? Ruft laut, wenn ihr etwas sehen könnt. Oh. Ihr könnt etwas sehen. Wo? Da drüben. Da drüben. Wo? Hinter mir? Wirklich? Oh. Schaut mal. Ein riesen Tintenfisch. Ein riesen Tintenfisch. Ein riesen Tintenfisch. Oh. 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 Das war echt schräg. Also bleiben wir hier nicht länger, als wir wirklich müssen. Nein. Nein. Machen wir mit unserem Piratenabenteuer weiter. Hey ho. Weiter geht die Show. Ich bin auf der See an Halloween. Welch Seemonster könnt ihr sehen? Ich schaue nach links. Ich schaue nach rechts. Welch Seemonster sehen wir noch? Hoho. Kameraden. Wie geht's auf hoher See? Hahaha. Oh. Schaut mal. Land Ahoy. Hey. Hey. Das ist kein Land. Was ist das? Nein. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das sollte nicht sein. Schaut mal. Das ist ein Quietscheentchen. Ein Quietscheentchen. Ein Quietscheentchen? Ein Quietscheentchen? Hier draußen? Auf hoher See? Das ist einfach irre. Moment mal. Das ist Maggie Zauberei. Haha. 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 Maggie. Hihi. Hat dir mein Halloween Zauber gefallen? Ja. Haha. Das hat echt Spaß gemacht. Haha. Haha. Du frecher, frecher Vogel. Haha. Okay. Abracadabra. Haha. 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 Was für ein verrückter Halloween Zauber, Maggie. Ja. Haha. Du frecher, frecher Vogel. Haha. Oh. Spitze. Aha. Schon fast zu Hause. Haha. Haha. Ich liebe Halloween. Ich liebe Halloween. Haha. Ich liebe Halloween. Ah. Steve. Wach auf. Wach auf. Es ist Halloween. Haha. Maggie. Was ist das? Heute ist Halloween, Steve. Oh nein. Oh. Ich bin eingeschlafen. Das sehe ich. Oh. Hallo, liebe Kinder. Ich gehe Süßes oder saures mit Maggie spielen. Ja. Aber ich habe vergessen, ein Kostüm zu besorgen. Oh, Steve. Oh. Du hast kein Kostüm? Ich helfe dir. Abracadabra. Hihihi. Yeah. Haha. Haha. Hey. Maggie. Was hast du mit meiner Kleidung gemacht? Oh. Hey. Schaut euch mal meine Cheeks an. Oh. Oh. So etwas. Ich bin ein Zombie. Ja. Haha. 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 Okay. Also los. Wir gehen raus auf die Straße, um Süßes oder Saures zu spülen. Genau. Hihihi. Hihihi. Haha. Haha. Uh. Hey. Haha. Draußen auf der Straße gibt es Süßes oder Saures. Denn es ist Halloween. Zieh ein Kostüm an und sing das Lied. Denn es ist Halloween. Oder ist ein Monster hier? Ein Monster dort? Hier ein Monster dort? Ein Monster. Überall sind Monster. Aber keine Angst. Oh. Ich habe keine Angst. Das ist nur Halloween. Hihihi. 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 Oh. Hey Maggie. Hihihi. Oh. Hey Maggie. Hihihi. Das ist toll. Ich liebe Halloween. Mit all den unterschiedlichen Kostümen. Genau. Oh. Hey. Wie wäre es mit einem neuen Kostüm? Hihihi. Spitze. Ja. Habrakadabra. Wow. Hey. Hihihi. Ha. Was bin ich? Genau. Ich bin ein Werwolf. Ha. 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 Also los. Gehen wir Süßes oder Saures. spielen. Draußen auf der Straße gibt es Süßes oder Saures, denn es ist Halloween. Zieh ein Kostüm an und sing das Lied, denn es ist Halloween. Oh, da ist ein Geist, hier ein Geist, dort hier ein Geist, dort ein Geist, überall Geister. Aber keine Angst, oh, ich hab keine Angst, denn es ist nur Halloween. Oh, du bist gruselig, Steve. Maggie, das ist toll. Hey, wie wäre es mit einem anderen Kostüm? Bitte, Maggie. Okay, Abracadabra. Danke, Maggie. Hey, schaut euch mein Kostüm an. Was bin ich jetzt? Ein Vampir. Ja, ich bin ein Vampir. Also los, gehen wir Süßes oder Saures spielen. Draußen auf der Straße gibt es Süßes oder Saures, denn es ist Halloween. Zieh ein Kostüm an und sing das Lied, denn es ist Halloween. Deine Fledermaus hier, eine Fledermaus dort, Fledermäuse, Fledermäuse, überall Fledermäuse. Aber keine Angst, oh, ich habe keine Angst, denn es ist nur Halloween. Oh, Maggie, dieses Fledermauskostüm ist spitze. Aber Maggie, Vampire werden manchmal zu Fledermäusen. Oh, bitte, Maggie, verwandelst du mich in eine Fledermaus? Ein Fledermauskostüm? Okay. Abracadabra. Schaut mal. Wow, was für ein tolles Fledermauskostüm, Maggie? Ja. Lass uns Süßes oder Saures spielen. Genau. Lass uns spielen. Draußen auf der Straße gibt es Süßes oder Saures, denn es ist Halloween. Zieh ein Kostüm an und sing das Lied, denn es ist Halloween. Oder ist ein Skelett hier, ein Skelett dort, hier ein Skelett dort, ein Skelett, überall Skelette. Aber keine Angst, oh, ich habe keine Angst. Das ist nur Halloween. Oh, tolles Kostüm, Maggie. Ja. Aber die Flügel sind schon schlaff. Oh, können wir noch mal das Kostüm wechseln? Bitte, Maggie, bitte. Okay, Steve. Abracadabra. Wow. Maggie, was für ein fantastisches Kostüm? Ja. Aber was bin ich? Ja. Was bin ich? Wisst ihr es? Was bin ich? Du bist ein Zauberer. Ich bin ein Zauberer. Ja. Abracadabra. Na los. Lass uns Süßes oder Saures spielen. Hooray. Draußen auf der Straße gibt es Süßes oder Saures, denn es ist Halloween. Zieh ein Kostüm an und sing das Lied, denn es ist Halloween. Oh, eine schwarze Katze hier, schwarze Katze da. Schwarze Katzen, schwarze Katzen, überall schwarze Katzen. Keine Angst, oh, ich habe keine Angst. Es ist nur Halloween. Hoho. Das ist mal ein tolles Halloween. Kostüme wechseln. Lasst uns noch eins wechseln. Maggie. Maggie. Hey. Wo ist Maggie? Ho. Ich weiß. Maggie hat Angst vor Katzen. Ho man. Aber hey. Ich bin doch ein Zauberer. Mal schauen, ob ich zaubern kann. Abracadabra. Eins, zwei, drei. Hoho. Hey. Ich kann ein kleines bisschen zaubern. Genug für Süßes oder Saures zu spielen. Yeah. Draußen auf der Straße gibt es Süßes oder Saures, denn es ist Halloween. Zieh ein Kostüm an und sing das Lied, denn es ist Halloween. Oder ist eine Spinne hier, eine Spinne dort, hier eine Spinne dort, eine Spinne. Überall sind Spinnen. Aber keine Angst. Oh, ich habe keine Angst, denn es ist nur Halloween. Hey. Ha. Überraschung. Ich bin's. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Ausprobieren der verschiedenen Kostüme. Und wenn ihr kein Kostüm habt, nehmt ein Bettlaken. Haha. Schönes Halloween für alle. Schönes Halloween. Jajajaja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jajajaja. Bis zum nächsten Mal.